Scheiße Da sind wir wieder zu einer Folge Aura Und zwar möchte ich jetzt diesmal Die Plattform da hinten abbauen endlich Und eventuell was erweitern Und zwar hat er der Herrn Wo hat er das gebaut? Da hat Sommi was gebaut Das würde ich gerne natürlich erweitern Also größer machen für ihn Weil dann kriegen wir natürlich Schnee Oh ich hoffe das hat jetzt mit dem Distrikt niemand falsch aufgenommen Dass ich mich zum Beispiel abkuppeln will oder so Das ist natürlich Quatsch Ich baue natürlich weiterhin für die Gemeinde auch Sachen Nur wird das hier halt ein bisschen so Wie die anderen Leute halt ihr Haus gesaved haben Habe ich das gesaved Aber halt um dann was Größeres zu bauen Ich möchte dort halt tatsächlich gerne Ein Schloss oder sowas hinbauen Oder ein Turm Aber was Größeres Womit ich mich nach und nach Was ich halt nach und nach ausbauen kann Und dafür ist halt auch dieser Hashtag da Dass ihr halt eure Vorschläge geben könnt Da haben auch schon Leute Vorschläge geschrieben Wie ich baue das und das und so Darauf werde ich dann demnächst eingehen In den nächsten Folgen auch Und die Sachen vorlesen Jetzt gerade wollte ich erstmal die Plattform für Zommi da erweitern Dann dachte ich mir das passt gut Weil ich baue ja hier hinten eh die Insel ab Weil ich das ein bisschen vorziehen wollte Dann dachte ich mir da kann ich das abreißen Und dann direkt zu Zommi Also auf die Plattform hoch Weil hier auf der Insel ist ja eh Nix mehr los gewesen eigentlich Lau ab Okay das ist weg Ist ja klar dass ich jetzt nicht alles retten kann Okay die Erde ist am wichtigsten Also somit am wichtigsten Komm her Das ist da unter mir auch Kriege ich aber nicht mit Ja jetzt muss ich leider doch Steine opfern Weil Egal So Jetzt bauen wir uns langsam zurück Ich habe gesehen wir haben zwei Eisen Und da kamen auch gute Vorschläge von euch Wie zum Beispiel Bau doch da raus hier ne Schere Wie ich die ganzen Steine da alle nicht mitkriege Weil die immer wegfallen Aber egal Die kann man neu bauen Das ist ja nichts was wir jetzt Für die Ewigkeit brauchen Die kann ich ja direkt neu fahren Ah cool Wenn die mir so entgegen flippen Dann ist das super Halt wollte ich die ja hauptsächlich abbauen Weil halt das falsch gebaut wurde Wegen oben Das bauen dann die Monster Die ist das Und das wollte ich ja unten Aber gleich erstmal Zombies Schneeplattformen erweitern Die er so schön gebaut hat Da fallen die Sachen wieder alle runter Okay noch ein Stückchen Dann haben wir es gleich Ich baue es jetzt mal schnell ab Einfach weil ich jetzt Hier durch will Dann scheiße ich mal eben auf die Blöcke Die meisten rasten wahrscheinlich jetzt aus Und beleidigen gerade alle In ihrer Umgebung Okay Damit haben wir das schon mal weg Und können wir nächst anfangen Ah Da eine Plattform zu bauen Natürlich dürfen die anderen Menschen Da auch hin und normal was bauen Ich will das jetzt natürlich Jetzt nicht beanspruchen So Eigentlich schon Aber ihr wisst was ich meine Wegen Haus und so Wir brauchen auch noch meine Schere Ich packe mal kurz alles hier rein Was ich nicht brauche Schere Nice Packe ich mal hier in die Truhe Oh Ah wir haben hier am Bett Wir haben hier am Bett Cool So die Schere da wieder rein Die ganze Fackeln brauche ich da oben nicht Vor allem weil dann der Schnee schmilzen würde Ich glaube das Wichtige war Man braucht ganze Blöcke Soweit ich das in Erinnerung habe Da müssen wir dann ein bisschen aufpassen Ich will erstmal bis 20 oder so Ne machen wir 30 Wenn ich immer alles verbrennen würde Weil ich zu dumm bin Oh ich habe fast das Falsche abgebaut Das war knapp Zack Und zack Und zack Und zack Gleich haben wir es Gleich haben wir es Gleich haben wir es Oh da liegen auch noch Sachen Okay Damit bauen wir jetzt Tommy's Plattform gleich weiter Könnten wir mal das Fertige Weizen abbauen Oh die ganze Farm ist ja fertig Alter Falter Essen Leute It's raining essen Halleluja Wow nice Alter Okay Pflanzen wir es mal neu an Ich habe das Und natürlich noch ein paar Karotten Hier platze ich ein bisschen mehr an einfach weil die cooler sind Okay, das sollte reichen Essenstruhe Habe ich mal alles rein da Ich nehme mal so ein paar mit Für mich selber zum Norschen, für zwischendurch Okay, dann brauche ich mal die Zombies Plattform weiter Zum Turm zu Turm zu Gott, bei Regen könnte da oben Schnee kommen Danke, bitte Bitte, danke Ein bisschen gefährlich hier hochzukraxeln Ich sehe schon, dass irgendjemand auf dem Weg nach oben bald sterben wird Ich habe nur Angst, dass ich es bin Alter, ich habe so Schiss Tom, ey Was tust du? Du willst doch, dass jemand hierbei stirbt Ich wette, das ist sein Ziel Ich renne jetzt gesneakt hoch Alter Was für ein Turm, Alter Ah, Turm zu Gott, ey Ich kriege gleich echt zu viel Ich habe so Schiss, Mann Alter So, okay Bisschen hoch, ne Also da kriege ich schon Höhenangst gerade Bisschen erweitern Ist ja wichtig, ne Aber ich da einen Dingspauler Kommen die dann nicht mehr hoch Deswegen nicht wundern Ich hoffe, es regnet demnächst Dann könnt ihr hier oben nämlich Schnee spawnen Das wäre nämlich voll awesome Auf jeden Fall ist hier genug Fläche, damit hier Schnee hinkommen könnte Okay, jetzt wieder runter Ja 10 Punkte Ah, schön Schön Der Turm ist das Beste Weg der tausend Schmerzen Das ist, glaube ich, mittlerweile mega awesome gesaved worden von Zombie Ja Wie geil Weil ich mich viel beschwert habe, dass Leute die Türen offen gelassen haben Ah Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt überlebe Irgendwie Ah, jemand hat neue Bäume angepflanzt Das sieht aus wie eine Tür mittlerweile Die Bäume Die verschmelzen, habe ich das Gefühl Okay, da ist ein Schaf, aber wir haben nur eins da Das ist, glaube ich, das, was ich gerettet habe, ne Haben wir wohl noch eins Hätten, glaube ich nicht, ne Ich glaube, du hast nur eine Kuh, ne Ich gehe mal gucken Was irgendwas weiß ist, da ist noch ein Schaf Da ist noch ein Schaf Schafi Kommt her Ich würde gerne das Schaf retten, aber nur das Schaf Kuh Was, was machst du Was Kuh Komm rein Bitte Stell dich so an Komm her Ich habe kein Weizen dabei Schaf Schaf Komm her Schaf Hast du mir gerade angekackt Pass bitte auf Ich sehe schon, wie es gleich Suizid begeht Ich komme da gleich erstmal Ich komme da gleich nochmal hin Wenn ich ein Dings habe Wenn ich Weizen habe Ist mir jetzt zu riskant gerade Komm her Schaf Hey Hi Alter Kannst du bitte mal da runter gehen Ja Karotten Schaf Komm her Guck Karotten Ich will Weizen Ich muss unbedingt die Schafe und die Kühe da hinten retten Ich will aber nur das Schaf haben Eigentlich Weizen Ich rette dich Pass bloß auf Kein Danceflip machen hier Komm mit Ja Fein Ich bring dich zu dem anderen Schaf Komm mit Komm mit Komm her Kommst du jetzt bitte mit Herrn Schaf Erkennt das Schaf das nicht, weil da ein Gitter ist Ah, Gott sei Dank Na gut Ich muss den Zaun da mal einreißen Damit da durchkommen Komm rein Ha Okay So Ihr dürft jetzt Liebe machen Okay Wir haben es geschafft Wir haben ein Babyschaf Die erste Vermehrung hat geklappt Leute Wir haben ein Babyschaf Wir haben Schafe Ich habe Schafe vermehrt Ich habe Gott gespielt Wir müssen erst mal die Kuh da retten Lauf Kuh Hey Hey Kuh Komm Wartet mal Dann fehlt mir ein Dingschen Ah, jetzt habe ich auch noch zwei Ja klar Ja klar, warum nicht Komm Komm her Kuh Magst du mich nicht Ich habe für dich was Leckeres Und es ist Schön Ich befreie dich jetzt Ah Du bist frei Komm her Komm, komm Geh ins Loch Brav Ich gehe dann mal Schönen Tag euch noch Kuh vom Tod gerettet Check Zombies Plattformen gebaut Check Alter Ich habe die Folge gut was erreicht Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Zu Aura Vielleicht bauen wir dann District 13 7 weiter Überlege ich mir noch meine Süßen Bis zum nächsten Part Toodaloo Toodaloo Toodaloo